Der neue BMW X6. BMW präsentiert die umfangreich weiterentwickelte Neuauflage seines erfolgreichen Sports Activity Coupés im Premium-Segment der Oberklasse. Der neue BMW X6 unterstreicht seine souveräne Charakteristik durch ein präzise modifiziertes Design und eine erweiterte Serienausstattung. Die Aktualisierung des Antriebsportfolios umfasst neue Verbrennungsmotoren, die Aktualisierung des Antriebsportfolios umfasst neue Verbrennungsmotoren und eine 48 Volt Malt Hybrid Technologie für alle weiteren Modelle. Zukunftsweisend sind auch die neuen Systeme für automatisiertes Fahren und Parken sowie das volldigitale Bediensystem iDrive einschließlich BMW Curve Display auf Basis des BMW Operating System 8. Das Update bietet ideale Voraussetzungen, um dem BMW X6 die Position als Nummer 1 im Wettbewerb der deutschen Premium-Anbieter zu sichern. Die weltweite Markteinführung beginnt im April 2023. Auch der neue BMW X6 verfügt über flache Scheinwerfereinheiten mit pfeilförmigen Tagfahrlichtelementen. Für die Sechszylindermodelle ist weiterhin optional die BMW Niere Iconic Glow erhältlich. Mit dem nun serienmäßigen M-Sport-Paket wird der dynamische Charakter des neuen BMW X6 noch intensiver betont. Dafür sorgt insbesondere die achteckige Frontsignatur unterhalb der BMW Niere mit ihren markanten seitlichen Öffnungen und einem hohen Anteil an schwarzen Flächen. Zusätzlich unterstreicht die dreidimensional modellierte Frontschürze die Breite und die solide Statur des Fahrzeugs. M-spezifische Seitenschweller und die M-Hochglanz-Shadowline sind weitere Bestandteile des M-Sport-Pakets. Die Heckschürze des SAC verfügt über einen Einsatz in der Farbe Dark Shadow, die Endrohrblenden seiner Abgasanlage sind trapezförmig gestaltet. Digitale Technologien bestimmen den Fortschritt im BMW X6. Mit dem BMW Operating System 8 und der jüngsten Generation des Bediensystems iDrive hält auch das BMW Curve Display Einzug in den X6. Es besteht aus einem 12,3 Zoll großen Information Display hinter dem Lenkrad und einem Control Display mit einer Bildschirmdiagonale von 14,9 Zoll unter einer gemeinsamen Glasfläche. Die Touchfunktion des Control Displays ermöglicht eine erhebliche Reduzierung von Tasten und Reglern zugunsten einer digitalen Steuerung zahlreicher Funktionen. Das innovative Cockpit und die damit verbundene Modifikation der Instrumententafel geben dem modernen Premium Ambiente eine besonders progressive Anmutung. Zur Markteinführung des neuen BMW X6 stehen jeweils ein Achtzylinder und ein rein Sechszylinder-Ottomotor sowie ein rein Sechszylinder-Dieselantrieb der jeweils jüngsten Generation zur Auswahl. Alle Motoren werden jetzt mit einem ebenfalls neuen Achtgang Steptronic Sport-Getriebe einschließlich Schaltwippen am Lenkrad kombiniert. Ihre Kraft gelangt über das intelligente Allrad-System BMW X-Drive auf die Straße und ebenso bedarfsgerecht auch auf unbefestigtes Terrain. Alle Antriebseinheiten verfügen jetzt über 48 Volt Mild-Hybrid-Technologie. Die konsequente Elektrifizierung erfolgt mit Hilfe eines in das Getriebe integrierten Elektromotors. Er liefert eine zusätzliche Antriebsleistung von bis zu 9 kW bzw. 12 PS sowie ein Drehmoment von 200 Newtonmeter. Damit unterstützt die E-Maschine den Verbrennungsmotor für eine sanfte, dynamische und gleichzeitig effiziente Fahrt. Die serienmäßige Ausstattung mit dem adaptiven Fahrwerk sowie auf die veränderte Gewichtsbalance abgestimmte und entsprechend verstärkte Stabilisatoren verhelfen dem neuen BMW X6 zu einer charakteristischen Kombination aus vielseitiger Sportlichkeit und hohem Reisekonfort. Für eine besonders straffe Anbindung des Fahrzeugaufbaus sorgt das adaptive Engfahrwerk, das sowohl für die Topmodelle als auch für die weiteren Varianten des BMW X6 zur Serienausstattung gehört. Viel Spaß mit dem neuen BMW X6!